Meine Damen und Herren, ich habe gerade gesagt, ich habe das im WebM-Format. Natürlich, wenn ich das Video noch habe, bearbeitet, sind es nachher MP4-Format. Ich konnte es natürlich auch als Rohmaterial hochladen. Da hatte ich auch, das war glaube ich eben ein bisschen GRID in Folge. Ich glaube, ein GRID war das glaube ich, bevor ich 204 Folgen hatte. Also ein GRID 2016er Teil, da hatte ich glaube ich noch eine 205 Folgen gemacht. Und da habe ich auch in die Videobeschreibung geschrieben, wie groß das im Augenblick war und wie die FPS Zahl war mit 59,5, 6, 5, 5, 6, 59,9, 6, 9, 8 oder sowas FPS, aber wurde dann trotzdem in jeglichen automatisch von YouTube auf 60 FPS, um wie groß das war. Natürlich dauert es für mich natürlich jetzt ein Video bearbeiten von MP4 von WebM. In MP4 natürlich dann mal eben dann 1,5-2 Stunden pro Folge. Weil das WebM-Format natürlich ein anderes Format ist, als wie MP4 ist. Weil MP4 ist richtig komprimiert und WebM-Format natürlich halt nicht. Deswegen dauert es dem Gespräch natürlich länger von WebM in MP4 zu wandeln. Vielen Dank. Okay, die Zwischensequenz beim Neuen. Okay, ich hab die Tattoo schon. Die Docks. Don't worry, Wesley, I've got a plan. Break into the keep, kill every goddamn Nazi in there, set you free. Then we get the hell out of this place and contact Kessler in the village Davern. Die Docks. 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 Der Kremlburg ist auf den Rückweg. Du bist 20 und du bist 40. Das sind 60. Ich brauche insgesamt 250 zum Overcharge. Ich brauche nur einen kleinen Kasten. Ich brauche nur einen Kasten. Ich brauche nur einen Kasten. warum ich jetzt auch mal die tür aufgemacht habe keine ahnung was ich gesagt habe muss ich jetzt rein richtig noch lang naja jetzt weiß ich gar nicht an ich hätte hinschauen kann da ich tue kommen wir wahrscheinlich aber nicht mal nicht mal zurück 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 Ich bin hier. 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 Ich bin hier.